Der OPZ Elite Skin gehört zu den beliebtesten Skins im Football Manager, da er nicht nur grafisch überzeugt, sondern euch auch Informationen gibt, die ihr sonst nur durch den Ingame Editor erhaltet. Habt ihr den FM24 bisher noch nicht gekauft, dann schaut doch gerne mal bei meinem Partner Eneba vorbei. Dort bekommt ihr das Spiel aktuell sogar für 32,51 Euro. Ansonsten findet ihr aber auch noch weitere PC-Spiele sowie auch Xbox- oder PSN-Karten. Der Link ist in der Videobeschreibung. Insgesamt gibt es drei Versionen, die ihr nutzen könnt, wenn ihr das Ganze über FMScout herunterladet. Der Link ist auch wieder in der Videobeschreibung. Ich werde euch auch später nochmal zeigen, wie ihr das Ganze abspeichern müsst, für die, die vielleicht noch nie einen Skin heruntergeladen haben. Wir haben jetzt hier die Blackout-Version und ihr seht auch, dass das Ganze sich grafisch von der Standard-Version extrem unterscheidet. Wir sehen zum Beispiel auch hier die Sterne-Bewertungen, die grafisch ein bisschen schöner aussehen. Die Logos haben auch so einen leichten Metall-Look und dann haben wir auch hier den Aufbau, hier links oben das Wappen vom Verein. Sieht einfach alles insgesamt ein wenig anders aus. Wir befinden uns hier auf dem Spielerprofil von Asan Uitraogo. Ihr seht einmal sein Spielerbild in einer sehr, sehr tollen Größe, also größer als in anderen Skins. Dazu sein Name in Schreibschrift, weil ich es sehr, sehr schick finde. Sieht aus wie eine Art Unterschrift. Und wir bekommen wieder viele Informationen, die wir wieder individuell anpassen können. Dafür klicken wir einfach auf die Pfeile, die hier immer angezeigt werden und können dann die Ansicht so anpassen, wie wir sie brauchen. Dazu gibt es hier auch noch ganz, ganz schicke Buttons, die uns zeigen sollen, was für ein Spielertyp Asan Uitraogo ist. Er soll ein Maestro sein. Das Ganze ist jetzt nicht auf Deutsch, aber das solltet ihr trotzdem eigentlich auf Englisch auch gut verstehen können. Und das wohl Interessanteste auf der Seite ist diese Ansicht hier, wo ihr die versteckten Attribute seht. Ich bin ja kein Fan davon, das Ganze sich hier anzeigen zu lassen, weil es für mich wie eine Art Cheaten ist. Man soll die Attribute eigentlich nicht ganz genau kennen. Man soll über die Pro und Contra Seite etwa sich vorstellen können, was für ein Spieler es ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Konstanz stehen. Und dann könnten wir jetzt hier ganz genau sehen, wie konstant ist er denn wirklich. Er hat 14 von 20 Punkten und somit ist er in 14 von 25 Spielen. Ich glaube, so geht die Rechnung auf seiner vollen Leistung und kann die ganzen Attribute hier auch auf den Platz bringen. Dazu seht ihr die genaue derzeitige Fähigkeit, die von 1 bis 200 geht, plus das Potenzial, das der Spieler letztendlich erreichen kann. Außerdem könnt ihr auch noch die Ansicht der Attribute verändern, indem ihr hier oben auf den Pfeil klickt und dann auf Attribute in Boxes. Dann sieht das Ganze, finde ich, sogar noch schicker aus für die, die das Ganze dann so haben möchten. Und ihr habt hier oben die Möglichkeit, diese ganzen Reiter zu nutzen und da ganz viele Informationen euch schnell anzeigen zu lassen, ohne wie zuvor dann umständlich hier hin und her klicken zu müssen. Auch bei unserem Trainer und dem Mitarbeiter sehen wir die versteckten Attribute, unter anderem auch die derzeitige Reputation, die ich eben noch vergessen habe. Die geht, glaube ich, bis 10.000, also da scheinen wir schon dicht am Maximum angekommen zu sein. Dazu sehen wir hier links nochmal ein paar Informationen, wie zum Beispiel unser Ansehen oder unser Medienumgang aussieht und bekommen da auch nochmal, wenn wir auf das Info-Symbol gehen, genau was damit gemeint ist und können so auch dort nochmal einschätzen, wie unser Mitarbeiter oder in dem Fall unser Trainer dann in der Fußballwelt ankommt. Dazu sehen wir, wofür ist der Mitarbeiter bekannt, für welchen Spielstil und natürlich bei unserem Trainer auch, wie viel Gehalt haben wir bisher in der Karriere verdient, wie viele Spiele haben wir ein- oder verkauft und was war unsere größte Transferausgabe. Schauen wir uns auch noch die Vereinsseite an, die, finde ich, sehr gelungen aussieht. Wir haben jetzt hier die Ansicht der allgemeinen Seite, weil ich euch da gleich noch was zeigen möchte, wenn wir rüber switchen. Ihr seht aber hier schon die Pokale, das, finde ich, ist vom Design her sehr, sehr schön gemacht. Also begeistert mich absolut, aber wir gehen jetzt rüber auf die wirklich sehr, sehr schicke Seite vom Mannschaftsprofil und dann sehen wir hier unten einmal, hier drehen sich die Karten der interessantesten oder wichtigsten Spieler um, der Kapitän, der Schlüsselspieler und großes Talent. Das ist einfach grafisch sehr, sehr schön gemacht. Dazu dann hier hinter dem Logo nochmal dieses blaue und weiße, diese Streifen da, finde ich sehr, sehr schöne. Und hier rechts dann nochmal die Pokale dazu. Normalerweise das Stadion, aber ihr könnt euch hier auch wieder ganz, ganz viele Informationen anschauen. Auch hier unten könnt ihr auf Mitarbeiter gehen und auf ganz viele andere Dinge, die ihr euch einfach auf der Startseite des Vereins anschauen könnt. Im Datencenter gibt es auch noch eine ganz, ganz kleine Sache, die ich aber ganz gut finde. Und zwar seht ihr sofort die Expected-Tabelle. Müsst ihr also nicht hier nochmal umständlich anfordern. Ist was, was ich mir immer sehr gerne schnell anschauen möchte. Und so musst du hier nicht umständlich klicken, sondern hast es direkt, wenn du aufs Datencenter drauf gehst. Außerdem schauen wir uns noch an, was wir mit dem Skin machen können. Und zwar können wir auch hier den Hintergrund verändern. Und zum Beispiel dann sagen, wir möchten hier dieses Stadion sehen. Und dann ist im Hintergrund des Skins dieses Stadion. Sieht vielleicht dann auch nochmal schicker aus, so wie ihr das Ganze dann für euch am schönsten findet. Bevor wir jetzt in ein Spiel reingehen, seht ihr auch hier nochmal die Möglichkeit, per Sofortergebnis das Spiel direkt simulieren zu lassen. Das funktioniert ja im Standardskin leider nicht. Aber in diesem Skin habt ihr die Möglichkeit und so könnt ihr, wenn es ganz schnell gehen müsste, das Ganze direkt einmal vorspulen. So sieht die Ansicht dann im Spiel aus. Wir haben einmal links die Statistiken zum Spiel. Auch hier, das können wir individuell nochmal anpassen. Ich habe ja immer gerne die Tabelle in dieser Ansicht mit drin, um einfach genau zu wissen, wo wir aktuell stehen. Und das können wir dann links und rechts anpassen. In der Mitte sehen wir dann einmal unsere Spieler und die Spieler vom Gegner. Wie die Spieler bisher performt haben. Die Spielnote, Tore, Vorlagen, entscheidende Pässe, wie viele Kilometer sie gelaufen sind. Und dann können wir hier oben auch nochmal uns verschiedene Sachen anschauen, wie die Analyse, Statistiken und so weiter. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, wie ihr das Ganze herunterladet. Also ihr geht auf die Seite von FMScout. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da müsst ihr einfach auf Download klicken. Dann werdet ihr so eine Datei erhalten, eine Winra-Datei, die ihr noch entpacken müsst. Dafür braucht ihr aber auch Winra auf eurem PC. Und dafür klickt ihr auf Rechtsklick und dann auf Entpacken. Und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr solche Ordner hier, die ihr einfach in euren FM24-Skins-Ordner packt. Der Dateipfad sieht meistens, wenn ihr das Ganze über Steam heruntergeladen habt, so wie es hier oben angezeigt wird, aus. Es kann aber bei euch auch sein, dass das Ganze irgendwo anders gespeichert ist. Das war es dann auch schon von dem Video hier. Wenn ihr noch weitere Skins kennt, die ich mir unbedingt anschauen soll, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.